Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich schon wieder ein Update zur BYD-Aktie für euch dabei. Ja, und hier gibt es einige spannende News. Die ersten News sind, Warren Buffett verkauft, dann habe ich aber auch noch positive News für euch dabei. Auf die gehen wir zusammen ein und dann schauen wir uns natürlich wie immer auch den Chart gemeinsam an. Und bevor wir jetzt starten, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr hier kurz ein kostenloses Abo dalasst und die Glocke aktiviert, um mich zu unterstützen, um hier natürlich kein Video mehr zu verpassen. Würde mich echt mega freuen an dieser Stelle. Ja, und dann starten wir auch schon direkt rein mit dem Newsflow. Und wie gesagt, ja, Warren Buffett bzw. Berkshire Hathaway verkauft jetzt erneut ein größeres Aktienpaket. Ja, es ist in der Vergangenheit jetzt schon öfter in kleinen Troschen verkauft worden. Es ist für mich persönlich jetzt in keiner großen Menge. Wir schauen uns das Ganze aber gleich zusammen an. Genau, also wie gesagt, Berkshire Hathaway ist ja hier oder da steckt der Warren Buffett dahinter. Man hat die Beteiligung jetzt eben am BYD reduziert. Um ein gesamtes Paket und der Fonds hat jetzt weitere 3,2 Millionen H-Aktien für rund 213 Millionen US-Dollar in bar veräußert. Berkshire Hathaway hat die Transaktion sogar bereits am 17. November wohl nach Angaben durchgeführt. Nicht nach bestem Wissen und Gewissen. Aber wie gesagt, hier wurde nochmal weiter veräußert. Und das jüngste Aktienpaket wurde von BYD zu einem Durchschnittspreis von 195 Hongkong-Dollar pro Aktie verkauft. Und nach Abschluss der Transaktion sank hier der Anteil von Berkshire Hathaway an BYD von 16,28 auf jetzt 15,99%. Das sind mal so die vorläufigen Prognosen. Und dann springen wir aber direkt noch weiter hier auf was Positives. Und zwar hat man hier ganz, ganz starke Pläne. Wie gesagt, aktuell die Aktie wieder ein bisschen schwächer im Umfeld. Und was man positiv sagen muss, vor wenigen Tagen lief hier bei BYD das 3-millionste NEV vom Band, also New Energy Vehicle. Und im Rahmen dieser Feierlichkeiten hat man auch eben neue Ziele bekannt gegeben. Unter anderem wird BYD bald eine neue Premium-Marke ausrollen. Also hier soll eine neue Premium-Marke von BYD auf den Markt kommen. Das erste Modell der Premium-Tochter Yangwang soll bereits hier im ersten Quartal 23 folgen, also schon im nächsten, ja, knappen viertelhalben Jahr. Und BYD verspricht dabei auch gleichzeitig eine neue Batterietechnologie in den Premium-Autos zu verbauen. Und auch die ehrgeizigen Ziele bei uns in Europa passen ja so ein bisschen mit dazu. Das habe ich euch im letzten Video schon gesagt. Da vielleicht gerne mal nach dem Video reinklicken. Man will hier bis 2026 rund 120.000 E-Autos allein in Deutschland verkaufen. Das ist hier das ganz, ganz große Ziel und der Plan. Also sie wollen hier auf jeden Fall hoch hinaus. Wie gesagt, charttechnisch sind sie aber aktuell angeschlagen. Das werden wir gleich sehen. Das sind mal so aber hier, ja, die groben Pläne, die BYD hat. Und was man aber positiv sagen muss, im Vergleich zu vielen anderen Autoherstellern, die hier in China sitzen, hat sich BYD zuletzt geschlagen. Und warum ist das so? China hat ja die Null-Covid-Politik. Und die hat bei BYD aber weniger Spuren, ganz, ganz klar weniger Spuren hinterlassen als bei der Konkurrenz. Grund ist dafür einfach die Wertschöpfungskette von BYD, weil sie fertigen die Chips selber. Und auch die Batterien für die E-Autos werden ja von BYD selber produziert. Und das macht einen riesen, riesen Vorteil. Deswegen kam man hier auch deutlich besser durch die gesamte Corona-Krise und auch durch die ganzen Lieferkettenprobleme, die es gibt. Das ist der Grund, warum BYD ja auch wirklich deutlich, deutlich besser dasteht. Und beziehungsweise warum hier trotzdem, zum Beispiel im Vergleich zu NIO, die Autoabsätze deutlich gesteigert werden konnten. Das war so ein kleiner Exkurs. Hier die aktuellsten News, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Und dann schauen wir uns den Chart an. Wie gesagt, da schaut es momentan ein bisschen düsterer aus. Wir stehen unter 50 und unter 200-Tage-Linie. Ja, wir sind ganz klar weiter im Abwärtstrend. Die nächste Unterstützungszone sollte hier beim Verlaufstief bei 19,82 Euro ungefähr sein. Nach oben hin wartet jetzt ein großer Widerstand bei der 50-Tage-Linie. Und im weiteren Widerstand dann die 200-Tage-Linie. Wie gesagt, die Unterstützungszone sollte halten. Sollte es hier wirklich nochmal drunter gehen, dann könnte es nochmal tiefer gehen auf neuere Tiefkurse. Und ich bleibe für euch immer weiter dabei. Ihr habt es euch ja auch hier in der Abstimmung gewünscht, dass BYD regelmäßig geupdatet werden soll. Und somit heute hier schon das erste Update. Wie gesagt, wir stehen aktuell bei 21,90 Euro. Und das absolute Jahreshoch lag hier bei 44, bzw. 41,59 Euro. Genau. So sieht es aktuell charttechnisch aus. Schreibt mir doch jetzt gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr BYD in eurem Depot habt. Ja, und wenn euch mein Video um mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch jetzt jetzt ein kostenloses Abo da. Aktiviert die Glocke, um mir wirklich kein Update mehr zu verpassen. Und um mich kostenlos zu unterstützen, würde mich echt mega freuen. Ja, und das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich freue mich auf das nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!